Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Markenrechte und der Domains. Heute wieder mit einem Video aus der Kategorie Markenmakler trifft, starke Marke. Und wir sind heute in der Stadt Werneck. Das ist eine Stadt in Unterfranken im Kreis Schweinfurt. Und dort gibt es ein wunderbares Schloss hier, ihr seht das. Und es gibt auch hier einen Schlosspark und einen Schlossteich. Und im Schloss selber gibt es ein wunderbares Schlosscafé. Wird noch selber gebacken und es schmeckt echt gut hier. Tolle Aussicht auf den Schlosspark. Das Schloss selbst wird als Klinik genutzt für Psychiatrie und für andere Dinge. Und ja, im Zuge dessen gucke ich natürlich auch immer starke Marke. Und habe festgestellt, ja, die Klinik, also das Schloss selber und die verschiedenen Klinikabteilungen, insgesamt vier Stück, sind als Marke eingetragen. Heute, wie gesagt, im Schloss Werneck. Was mich bei meiner Recherche über Marken überrascht hat, ist, dass die Stadt Werneck selber keine Markenanmeldung hat. Weder für sich als Stadt, noch für eine Marketingmaßnahme, noch für ein Logo, für irgendwas, was man so im Marketing einsetzen kann. Und finde ich schon schade und finde ich schon traurig. Das Einzige, was heute die starke Marke ist, ist eben das Schloss Werneck mit seinen verschiedenen Klinik- und ärztlichen Einrichtungen. Das war für heute der Markenmakler aktiv. Ich werde mich hier noch ein bisschen umschauen, vielleicht ein Käffchen trinken, mal durch den Schlosspark laufen. Und ja, wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis denn, Servus. Bis denn, Servus.